HiFi Setup Tours Jubiläum, die Folge Nummer 30. Bleibt dran. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid. Zur neuesten Folge HiFi Setup Tours und wir sind nun schon bei der Folge Nummer 30. Ja, und auch schon ein kleines Jubiläum. Ich möchte direkt loslegen mit dem ersten Setup. Und das kommt heute von dem Thomas. Und ich möchte euch kurz zur Einleitung vorlesen, was er geschrieben hat. Meine HiFi-Reise begann 1980. Damals hatte ich allerdings keine Ahnung von Klang und Hörerlebnis. Das fing erst 1990 mit meiner ersten richtigen Anlage an. Regaplaner 2, Sony TAF 530ES, Sony CDP 990 und Selbstbau-Lautsprecher von Stereo Play damals. Okay, spannend. Nur mal so als Einstieg, wie es bei ihm anfing. Wir schauen in sein aktuelles Setup und hier schon mal nochmal Hut ab für die tollen Fotos. Der Verstärker. Ja, erkennen wir. Ein Macintosh MA 5200. Und ich wiederhole mich, aber es bleibt dabei, rein optisch immer die Macintosh-Geräte für mich auch absolut toll. Und steht für mich auch irgendwie für HiFi. Er betreibt noch ein Tape-Deck, das AKGX 95 MK II. Und ich muss sagen, klar, die tauchen immer wieder auf. Aber gerade dieses Jahr und gerade so in der zweiten Hälfte häuft sich das Thema Tape-Kassette nochmal etwas. Ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Seinen Plattenspieler, auch den erkannt, Transrotor Z oder ZET1 mit TMD-Lager und separat aufgestelltem Motor und Netzteil Konstant 1. Darauf hat er als Tonabnehmer einen EMT. Für den Transrotor Z1 hat er auch eine Acryl-Abdeckhaube von Cover Company. Das Ganze läuft dann über eine Phonostufe von West. Die West 2 II. Und die habe ich auch schon hier und da mal gesehen. Ein recht beliebtes Teil, glaube ich auch. Allgemein die West-Geräte. So häufig hatten wir die hier auch noch nicht dabei. Lautsprecher, das sind Burmester B38. Ein Dreiwegesystem mit Hoch- und Mitteltöner vorne und seitlichen Tieftontreiber und Bassreflexöffnung nach hinten. Ja, sieht man hier ja schön. Ist quasi ähnlich wie bei den auch schon kultigen, wie ich finde, Canton Karat. Gab es ja auch die neuen GS, die ich auch mal hatte. Rein formmäßig sehr ähnlich. Sehr schlank, sehr kantig, sehr weit nach hinten. Besser an der Seite. Coole Optik irgendwie. NF-Kabel für Macintosh und Z1 und West von Nordost. Heimdall 2. NF-Kabel zum Acryl-Einstein-Audio. Ein älteres Modell, schreibt er. Netzkabel am Macintosh. Auch Nordost. Heimdall 2. Netzleister hat er im Einsatz von Isol 8 mit Netzkabel von Supra-Kabel. Seine Lautsprecher-Kabel an den Burmeister sind Gold-Kabel. Er schreibt auch irgendein älteres Modell. Und das Rack, da wollte ich auch schon noch was dazu sagen, ist Eigenbau. So, MDF, Lack, Furnier, Eiche und Spikes unter Gerätebasen von Rickable. Absorberfüße unter Racks, Audioplan, Anti-Spike. Also muss ich wirklich sagen, hast du wirklich schön gemacht. Lack bedeutet, glaube ich, Ikea dann. Also das, finde ich, sieht auf den ersten Blick gar nicht so danach aus. Das hast du echt mega schick gemacht. Und tolle Lösung. Ich muss sagen, das ist wieder Prädikat für mich, wie Hi-Fi aussehen muss, wie du das hier alles hast. Ganz unabhängig davon, wenn das auch Hi-Fi da verschiedene Gesichter haben kann. Aber auch das finde ich echt top. Ebenfalls eine Plattenwaschmaschine hat er im Einsatz von Trabe. Die Nessi Vinyl Master. Ja, auch die ist mir dieses Jahr schon öfters über den Weg gelaufen, die Nessi. Ja, und der Thomas, übrigens aus Essen, schreibt mir noch, er plant demnächst das Upgrade von dem Netzteil des Z1 zu einem Dr. Fuß-Netzteil. Oh, da bin ich mal gespannt. Thomas berichtet da gerne, wie deine Ergebnisse sind. Auch hier bin ich noch aktuell mal am Schauen, was ich da mache. Wie ich an meinen Feigert oben mal noch Dr. Fuß ausprobiere. Oder von Dr. Falkert das Netzteil mal ausprobiere. Da habe ich noch Standard dran. Auch ein spannendes Thema. Ansonsten, super Thomas, vielen Dank für deine Einsendung. Und beim zweiten Setup für heute geht es in die gemütliche Ecke von dem Marc. Wir schauen gemeinsam rein. Und ihr seht jetzt direkt, was ich meine mit gemütlicher Ecke. Marc hat sein Setup in der Wohnzimmerecke platziert. Finde ich normal immer so optisch keine gute Idee. Aber ich finde, bei dir hier passt es irgendwie rein. Wir kommen zu seinen Geräten. Sein Verstärker. Numan Drive Class D. Voll Verstärker. Interessant. Noch nie gesehen. Also klar, Numan, ich kenne das. Aber den Verstärker habe ich so noch nie gesehen. Auch die Lautsprecher sind von Numan Retrospective MK2 mit passendem Retro-Sub. Wenn ich mich jetzt nicht irre, waren das, sind das Lautsprecher aus der Linie, wo ganz früher auch mal der Frank hatte, mein lieber Nachbar und Freund. Ja, finde ich wirklich rein optisch. Haben die das schön gemacht, wenn man so auf die Retro-Optik steht. Das definitiv. Die Boxenständer sind selbst gebaut und gebeizt. Und, ja, schau mal, das passt sehr schön zusammen. Und das ist ja echt das Thema. Kompakte Lautsprecher irgendwie, die auf Ständer gehören. Wenn man da keine Lust hat, irgendwie die Kohle auszugeben für, falls es sie überhaupt gibt, Originale vom Hersteller oder irgendwo auch vom Zubehör. Die sind oft im Verhältnis zu den Lautsprechern sehr, sehr teuer, wie ich finde. Das ist einfach so. Und dann bleibt einem manchmal nichts anderes übrig, als sich selbst was zu bauen. Und ich hatte auch mal, als ich meine JBL L96 hatte, musste ich mir auch selbst was bauen. Weil es gab im Prinzip nichts oder hat irgendwie über 1.000 Euro gekostet. Und das habe ich ja für die Lautsprecher nicht bezahlt. Als Plattenspieler nutzt er den Torrens TD 280 und er schreibt ein Erbstück aus der Familie mit aufwendigen Klangverbesserungen. Oh, spannend. Zarge um 3 kg durch Massivholzbodenplatte erhöht. Zarge mit Bitumenplatten aus dem Lautsprecherbau bedämpft. Tonarmverkabelung erneuert mit Silberkabel. Motorgummi gelagert. Tonabnehmer da drauf. Ein Coral 777 E. Er schreibt ein feiner MC mit mikro-elliptischer Nadel aus 1979. Wow. Den gebe ich nicht mehr her, da er seine hervorragende Bühne macht und mit einer tollen Stimm- und Instrumentendarstellung überzeugt. Okay. Wow. Ja. Was soll man sagen, wenn man so ein Gerät hat? Hat das geerbt? Man weiß, es ist irgendwie pfleglich behandelt und ist zufrieden damit. Warum denn nicht? Als Phono-Amp nutzt er Ölbach XXL Ultra, sein Kopfhörerverstärker und Streamer über Bluetooth, aptX HD, ein Duke Audio P1. Er schreibt Verkabelung, alles von Ölbach, Phono-Kabel, Silver Express Plus 200, Cinch-Kabel, alle Silver Express 100, Boxenkabel, Crystal Silver Star. Also, Marc, das finde ich jetzt erstmal hier, also ich glaube jetzt nicht, dass das ein großer preislicher Aufwand war, dein Setup hier. Und das, man sieht trotzdem, dass du das echt mit Liebe zusammengestellt hast und genauso mit Herzblut wahrscheinlich beim Musikhören dabei ist. Und das finde ich klasse auch mit den Ständern. Ich sehe ja jetzt erst, wie cool du das gemacht hast, dass auch die LPs unten noch zum Reinstellen, das ist wirklich, ja, was soll ich sagen, saubere Arbeit. Und ich kann nur sagen, vielen Dank, lieber Marc. Und als drittes geht es richtig spannend weiter. Das Setup kommt von dem Roland aus Mainz. So, und zum Einstieg schreibt der Roland, grüß mir Snake Oil Audio, den Thorsten auch schön. Okay, mache ich hiermit Grüße von Roland an dich, Thorsten. Und er schreibt, vielleicht als kleine Anregung, ich weiß ja auch, dass Thorsten, der Snake, gerne Studio und mit JBL-MU gehört. Hier ein ähnlicher Ansatz, was die Technik, nicht aber die Optik angeht. Ja, ihr seht ja, hier geht es spannend zu. Er schreibt, Studio-Aktivanlage mit 97 dB Wirkungsgrad von EA Listen, Euphonic Architects, kleine Firma in Deutschland, ergänzt der. Maskiert in einem gern gesehenen USM-Möbel aus der Schweiz. Oh ja, habe ich gesehen. Ist ja, muss ich jetzt wirklich sagen, diese USM, gar nicht mein Fall, aber ich weiß, dass es viele richtig cool finden. So ist es eben mit dem Geschmack. Die Fronten sind natürlich Akustikstoff und die beiden Absorber in Matratzengröße, erlauben das System direkt an die Wand zu stellen. Ansonsten wären dieser Schalldruck und Tiefton in den Raum undenkbar. Die Fotodrucker sind für die Akustikfronten und die Absorberrückwand in allen Vorstellungen druckbar. Hier ein Foto des Live-Konzerts von Rammstein. Wie gesagt, alle Motive sind möglich. Cool. Er schreibt, das ist gut, so etwas versöhnt die Ehefrau und den ambitionierten Brüllkistenfreak gleichermaßen. Das Setup kann von flüsterleise mit allen Details bis zum Orkan, der die Fenster nach außen wirbt. Keinerlei Kompressionseffekte. Die Lautsprecher. 2 Zoll koaxial aktiv mit 800 bzw. 200 Watt RMS Mittelhochton DSP. 15 Zoll Langhubhornbass mit 1,5 kW pro Seite. Okay. Ansonsten stehen für den PC-Ton noch Altec 604 BLB aktiv, Studiomonitore im hinteren Teil des Raumes. Der Emitter ist nur Deko, schreibt er. Als Zuspieler hat er EMT 950, TSD 15. Das ist doch mal ein mega spannendes Gerät, muss ich sagen. Einen Music-Server hat er von Entotem Plato. Er hat den SPL Director, für mich der beste DA-Wandler plus Preamp ever. Und er hat noch einen SACD-Player, den Sony SCD1. Ja, ich sehe da ja noch zwei relativ gleich aussehende Plattenspieler hier rechts oben auf. Lieber Roland, ich sehe jetzt gar nicht, ob du dazu was geschrieben hast so spontan. Kannst du ja gerne nochmal ergänzen. Und abschließend schreibt er, der Besuch bei dem Freak mit dem selbstgebauten B&M Aktivsystem war mega. Sehr sympathischer Typ, der ja auch meinen SACD1-SACD-Spieler unter dem Dach hat. Freak natürlich an der Stelle positiv gemeint. Und er meint den lieben Jörg. Jörg, die Grüße gehen an dich, wenn du das siehst. Vielen Dank, Roland, für dein Setup. Das vierte Setup von heute kommt von dem Stefan. Und auch hier schauen wir rein. Wir sehen einen Yamaha RN803D-Netzwerkverstärker mit Phono-Eingang. Ah ja, so ein bisschen all in one. Er schreibt diesen Plattenspieler, den wir sehen, den Lenko 3807 Quartz, hat er seit 2004. Und da drauf hat er den Todabnehmer Audio-Technica ATVM95EN. Auch ein verbreites, bewertetes System. Okay, der einen CD-Player hat er noch. Den sehen wir, das ist der Yamaha CD-S300 CD-Player. Und die Lautsprecher schreibt ja, seit Anfang 2023 hatte die Triangle Borea 09. Vorher waren es Dali Spector 6 und streamen tut er ebenfalls über Tidal. Ja, diese Triangle Borea 09 sind mir in der Kombination auch noch nicht über den Weg gelaufen. Auch mal was anderes Holz mit Weiß in der Kombination hier. Kann man machen. Oh, ich sehe, du hast hier auch die Trennbretter, die ich auch habe. Und ganz rechts hier die John Martin. Eine musikalisch und klanglich absolute Top-Platte. Leute, wer das Album nicht kennt, reinhören. Ja, in diesem Fall relativ überschaubar und schlicht gemacht. Bei dem Stefan. Aber auch an dich. Vielen Dank, Stefan. Auch solche Sachen zeige ich mega gern. Und wir kommen zum fünften und letzten Setup für heute. Und das kommt von dem Uwe. Und auch hier schauen wir direkt rein. Danke, Uwe, für mein Video im Hintergrund. Das muss ich ja immer nochmal dazu sagen. Er schreibt, nach seiner Haussanierung ist er mit seinem Hobby unter das Dach ausgewandert. Der Raum ist in Summe etwas über 50 Quadratmeter groß. Wow, rechts ist der offen und links stehen vier Quadratmeter Basotekt an der Wand. Wird dann demnächst zu einem schönen gerahmten Akustikbild. Okay, musst du erstmal die richtige Dicke der Schaumstoffe finden, sodass die Anlage optimal ausbalanciert ist. Also der Uwe hier hat das Glück unter dem Dach richtig Platz zu haben für sein Hobby und ist er auch raumtechnisch am Experimentieren. Sehr gut, das wird wieder den ein oder anderen besonders freuen. Der Uwe schreibt hier auch was zu seinem Strom und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Er schreibt, fünf mal sechs Quadrat Steuerleitung, Starkstrom direkt vom Sicherungskasten gelegt. Verteilerdose einzeln abgesichert mit speziellen Sicherungen versehen. Auch im Sicherungskasten überhaupt keine Nachteile gegenüber sehr teuren Filtern und Leisten. Teilt sogar viel besser. Ja, cool, Uwe, da bist du wahrscheinlich nicht der Einzige, der sowas macht. Das ist ambitioniert, würde ich sagen. Die Lautsprecher, das sind KEF oder KEF 205-2. Breites Abstrahlverhalten, absoluter Allrounder, darum auch prima für zwei Abhörpositionen geeignet. Entkoppelt sind die KEF durch Gaia 2 Absorber von ISO Acoustics. In naher Zukunft werden die KEF eventuell durch geschlossene Boxen ersetzt, wenn die dann auch mit dem Hörraum harmonieren. Mal sehen, schreibt er. Ja, coole, spannende Lautsprecher. Nicht so verbreitet, hätten mich jetzt wirklich mal interessiert, ohne die Abdeckungen. Muss ich mal später googeln. Er nutzt ein Streamer-Deck von Lin, den Accurate Accurate DSM-3. Lautsprecherkabel hat er dran von QID, Supremus Synch Supra. Er nutzt ein Rune-Server, Inuos Zenit MK3, nähe dem Router im unteren Stockwerk. Ah, okay. Wir kommen zu seinem Verstärker, ASR Emitter 2 mit Akku, Modell 2023. Der Emitter ist für mich eine unverhandelbare Komponente. Die beiden Netzteile beinhalten aktive Stromfilter und der Akku versorgt den Eingangsverstärker mit sauberem Strom. Mehr Hintergrund, Schwärze, Klangfarben und Auflösung geht nicht. Super ist zudem, dass man im Emitter verschiedene Einstellungen passend zu den Quellgeräten, Kabeln vornehmen kann. Man muss sich wirklich mit diesem Amp beschäftigen und ausprobieren. Denn da gibt es noch so einiges aus der Anlage herauszuholen. Gut ist auch, dass durch die zwei Leistungsstufen irgendwie alle Art von Lautsprecher damit anständig bedient werden können. Wenn man mal Bock auf neue Lautsprecher hat, muss man sich halt keinen weiterführenden Gedanken machen. Oh ja, also das ist wirklich sehr spannend, was du hier über den Verstärker schreibst, muss ich sagen. Wirklich, also das habe ich jetzt so auch noch nicht gekannt. Und auch optisch, cool, muss ich mich mal damit beschäftigen, definitiv. Das Slowboard ist von Rotaring. Ah ja, kenne ich. Die Belmaro Serie, passend für meine Gerätschaften hergestellt und entsprechend verstärkt worden. Cool. Ja, also wirklich interessant. Ich finde es also für meinen Geschmack, wenn man schon einen eigenen Raum hat, einen eigenen Platz hier für die Anlage, da müsste das für mich nicht so sein, dass man hier die Sachen verstecken kann, so wie das bei dir geht. Das wäre eher sowas fürs Wohnzimmer. Wahrscheinlich hattest du das eben noch, weil es früher mal irgendwo im Wohnzimmer warst. Du schreibst ja, du konntest erst jetzt unter das Dach auswandern. Aber auch das, wenn die Fronten hier ab sind, beziehungsweise aufgeklappt sind, dann ergibt das echt ein tolles Bild. Ja, sehr, sehr spannend, lieber Uwe. Ich danke dir für deine Einsendung. Übrigens, wenn ihr mir auch euer Setup schicken wollt, schickt mir gerne ein paar schöne Fotos an info at soundandgroves.de. Und diese Bilder bitte im Querformat. Ich weiß, man neigt dazu, wenn man Lautsprecher fotografiert, das hochkant zu machen. Aber aufgrund von dem Format, das ich für YouTube benutze, haltet trotzdem die Kamera doch bitte im Querformat. Ansonsten schreibt mir auch gerne Text dazu. Es interessiert mich immer, aber packt mir die Auflistung der Geräte separat in eine Auflistung, dass ich das nicht so aus dem Text raussuchen muss, wenn ich das hier mache. Ansonsten schaut gerne noch ein paar alte Videos von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis dann, dann. Bis dann, dann.